Vier schreckliche Fahrradunfälle in den letzten vier Monaten. Wir Grüne sagen, das darf nicht sein. All diejenigen, die sich umweltfreundlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewegen, die brauchen mehr Platz und Sicherheit in unserer Stadt. Wir wollen, dass sich alle Menschen, ob Kinder oder alte Menschen, sicher hier fortbewegen können zu Fuß und auf dem Fahrrad. Deswegen haben wir das Thema auf die politische Tagesordnung gesetzt. Wir wollen keine Schwerverletzten und Tote mehr auf Freiburgs Straßen. Dazu brauchen wir mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrerinnen. Weniger Autos, bauliche Trennungen von Rad- und Fußwegen und sichere Kreuze.